Und damit ist die Abstimmung zu Ende. Hat ja auch lange genug gedauert. Wir werden jetzt zusammen die Auswertung machen. Sollte nicht allzu lange dauern. Wird zwar ein bisschen dauern, weil ich keine Tabellenkalkulation installiert habe und auch jetzt keine nochmal installiert habe, jetzt auf die Schnelle. Ähm, normalerweise brauche ich nämlich auch keine. Deswegen ist das eigentlich auch Quatsch für mich. Ähm, deswegen werden wir das ein bisschen anders machen. Ein bisschen länger wird es dauern, aber es ist nicht schlimm. So, fangen wir an mit den Bewertungen von Satak Tiral. Satak Tiral, keine Ahnung. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hallo Satak Tiral. Habe ich eigentlich schon Spaß beiseite gesagt? Egal, Spaß beiseite. Okay, Satak Tiral. Ähm, danke fürs Bewerten. Und ja, fangen wir an. Also als erstes eine 1 für Pegismo. Dann eine 3 für Calastelio. Stopp, eine Zeile höher. So. Ähm, Input 4. Ähm, Johnny Bot Herz 6. Oh. So. Jetzt. Nein. Jetzt. Okay. Johnny Bot 6. Evermore 8. Ähm. Pixel Wald 10. Okay, damit haben wir alle. Genau. Und weiter geht's. Zum nächsten. Fail forever. Danke fürs Bewerten. Und ich freue mich. Das ist schon das zweite Event, wo du mitmachst. Ähm, ist cool, dich mal wieder zu lesen. Ähm, zeigt mir auch, dass du Interesse hast. Das freut mich immer. Das macht mich glücklich irgendwo ein bisschen. So. Ähm, Pegismo. Altes Profilbild. Da unten. Eine 4. Ähm, als nächstes Herzlogo. Eine 2. Evermore. Eine 5. Pixel Wald. Eine 8. Okay. 10 und 8. 18. Das ist schon ziemlich viel. Egal. Egal. Calastelio Input 6. Und Calastelio Arme ist auch eine 8. Schön. Gut. Dann kommen wir zum Mr. Drachenteufel. Ähm, hallo Mr. Drachenteufel. Auch wieder schön von dir zu hören. Ähm. Gut. Fangen wir mit deinen Bewertungen an. Auf Platz 6. Ist Johnnybots Herz mit 1. Äh, 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 äh. Wo haben wir es da? 1. Pegismo als Profilbild 2. Calastelio Arme 5. Calastelio Input 8. Falls ich hier irgendeinen Fehler mache und ihr das bemerkt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Habe ich jetzt Evermore übersehen? Nein. Der kommt noch, oder? Nein. Arme. Ach so. Hier geht's weiter. Entschuldigung. Ja, der kommt noch. So. Ich hab mich grad... Aber ich hätte auch noch, äh, Mimi übersehen. Ups. Da war ich auch falsch. Ich hätte Mimi auch übersehen. Ich dachte grad, hä? Da fehlt doch was. Aber es hätten ja sogar 2 gefehlt. So. Alles klar. Und Mimis Pixelwald 1.9. Sehr schön. Damit geht der Siegeszug von Mimi weiter. Aber noch steht nichts fest. Aber es sieht sehr gut aus für Mimi. Das muss ich ehrlich zugeben. So. Calastelio Input. 1.4 von Quayuzzi. Hallo Quayuzzi. Dich kenne ich natürlich auch schon. Ähm. Sei gegrüßt. Und freut mich, dass du auch mitmachst. Und dir die Mühe gibst und den schönen langen Text geschrieben hast. Habe mir das natürlich alles durchgelesen. Ähm. Und eigentlich ist mir jetzt keine extreme Auffälligkeit... Also ist mir jetzt nichts wirklich aufgefallen. Also es gab keine extreme Auffälligkeiten. So. Also. Er hat es auch in der Reihenfolge gemacht, wie ich es im Video angesagt habe. Eigentlich war das auch so gedacht. Weil da muss ich nicht ständig... Oh. Habe ich da was vergessen? Und so. Eigentlich war das so gedacht. Weil dann überträgt sich. Das ist nämlich für mich auch schneller. Wie ihr seht, geht das jetzt nämlich deutlich schneller. Sechs. Neun. Ich hatte das nämlich auch im Video gesagt. Ihr solltet meine Reihenfolge verwenden. Aber manche haben dann einfach... Ähm. Als Reihenfolge halt eine Platzierung gemacht. Ist vielleicht für... Ähm. Euch dann besser gewesen. Egal. Egal. Okay. Kalastelio Input. Vier. Achso. Itai. Hallo Itai. Ähm. Deine Bewertungen kommen jetzt. Entschuldigung, dass du mitgemacht hast. Ähm. Ich finde es allgemein schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Und Itai. Ähm. Dich sehe ich immer mal wieder. Und freut mich, dass du... Ähm. Dich so aktiv auch hier beteiligst auf meinem Kanal. Im Allgemeinen. Und auch bei dieser Aktion. So. Scheinbar auch meine Reihenfolge. Ach. Sehr gut. Das macht sie natürlich sehr schön. Das geht natürlich ein bisschen schneller dann. Das zu übertragen. Zwei. Pixel Wald. Sechs. Oh. Da geht es schon langsam nach unten. Von zehn. Acht. Neun. Sieben. Sechs. Sag mal. Haben die sich abgesprochen? Stimmt das? Wartet. Muss ich mal gucken. Sieben. Ich muss jetzt nochmal überprüfen, ob das auch alles stimmt, was ich hier eingebe. Weil irgendwie, das wäre schon ein komischer Zufall. Achso. Mensch. Hier. Die acht und neun sind ja eh vertauscht. Mensch. Ach. Hier. Mensch. Ich mache mich hier wieder zum Löffel. Also. Nichts Außergewöhnliches für mich. Ähm. Okay. Sieben. Ähm. Bei Vergizmo. Das kam mir gerade ein bisschen spanisch vor. Aber die acht und neun sind eh vertauscht. Okay. Gut. Kommen wir zum nächsten und auch zum letzten. Löffelstier hatte da einen kleinen Fehler. Deswegen kann ich seine Bewertung nicht mitnehmen. Spielt aber keine Rolle. So. Fangen wir an mit Jonas Grindelwald. Ähm. Danke fürs Mitmachen. Freut mich, wie gesagt, dass Interesse zu sehen ist. Fangen wir an. Carlos Tellio Input 5. Ach. Auch wieder die schöne Reihenfolge. Das ist sehr schön. Das geht dann alles für mich ein bisschen schneller. Extraordinary 3. Johnny Bot Herz 8. Und Pixel Wild 7. Pegizmo eine 1. So. Das waren alle. Und dann würde ich sagen, rechnen wir mal kurz zusammen. Ihr habt sicherlich aufgepasst, ob ich Fehler gemacht habe. Und könnt das dann in den Kommentaren gerne nochmal schreiben. Dann würde ich das natürlich korrigieren. Ähm. Ich bin ja hier kein Unmensch oder so. Na ne. Passt nicht mehr drauf. Mach mal so. So. Und fangen an zusammen zu rechnen. Ähm. Vom Prinzip her muss ich ganz ehrlich sagen, an der Stelle bräuchte ich eigentlich nicht mehr zusammenrechnen. Das wäre total easy. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mimi Pixel Wild hat gewonnen. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. 10, 8, 9, 7, 6 und 7. Da geht nichts unter 6. Und eigentlich vom Prinzip her im Schnitt ist es irgendwo bei 8 oder 7. Also ohne Witz. Das ist also irgendwo dazwischen, denke ich mal. Und da kann einfach keiner mithalten. Das ist einfach hier Calastelio. Aber ist egal. Wir rechnen jetzt zusammen. Und dann sehen wir das ja nochmal genauer. Wie groß der Abstand eigentlich ist. So. Fangen wir an mit Calastelio Input. 4 plus 6 plus 8 plus 4 plus 4 plus 5 ist gleich 31. 3, 3, 1. Calastelio Arme. 3 plus 8 plus 5 plus 5 plus 8 plus 6. 35. Nächstes. Ähm. Ups. Na, Mensch, was mache ich denn? 8 plus 5 plus 8 plus 6 plus 3 plus 3. Hat auch gut angefangen eigentlich. Hier mit 8, 5, 8, 6. Aber dann die letzten 3, die haben, die ja dann doch ganz schön viele Punkte gekostet. Evermore. Das tut mir sehr leid. Bei Johnnybot ist es sehr durchgewachsen. Ist mir aufgefallen. Sehr kontrovers, das Ganze. Wenn man es so ausdrücken möchte. 6 plus 2 plus 1. Nicht 7, 1, Mensch. 1 plus 9 plus 2 plus 8. Sind 28. Habe ich das jetzt auch richtig eingegeben? Ähm. 6, 2, 1, 9, 2, 8. Ja. Alles klar. 28. Gut. Ja. Also hier ist eine 9 dabei und eine 8 dabei. Und da war er dann auch jeweils der Beste. Und hier auch die 6 am Anfang ist eigentlich nicht schlecht. Aber hier 2, 2 und eine 1 ist doch etwas heftig, wenn ich will. Denke, dass andere eine 9 vergeben haben. Aber ich kann da nichts dagegen machen. Gegen die Bewertung. Ähm. Ist halt so. Kann ich halt nichts gegen machen. Ich, ähm. Ja. Was soll ich tun, ne? So, wir machen das mal. Wir schieben das mal hier rüber. Dann kann ich das vielleicht besser sehen. So. Also noch ist es relativ ausgeglichen. Immer so um die 30. Ja, jetzt kommt Mimi. Und wie gesagt, das ist halt... Also für mich sieht das schon sehr nachgewonnen aus. Da muss ich eigentlich auch nicht durchrechnen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm. Ja. Über 40. Das... Da muss ich nicht durchrechnen. Also... Das ist... Das sieht man, dass sie gewonnen hat. 4,1. Sie hat sich auch sehr viel Mühe gegeben. Das muss man halt wirklich sagen. Und Pegismo als letztes. Macht nicht viel Sinn. Aber... Ähm. Egal. Der Vorständigkeit halber. 1 plus 4 plus 2 plus 5 plus 7 plus 1. Fertig. 20 Stück. Ja. Pegismos Logo-Idee war wirklich gut. Aber... Was ich so in den Bewertungen rausgelesen habe, haben halt viele... Gerade der neuen Zuschauer... Nicht wirklich einen Bezug zum alten Logo. Und... Ähm. Auch so... Fanden die meisten das halt einfach... Dass es halt zu 0815 nach irgendeinem Anime... Anime-Bild aussieht. Und nichts Besonderes ist. Ähm. Also auf gut Deutsch. Die haben nicht... Die haben keinen richtigen Bezug zum Bild. Das war ja auch Kriterium. Bewertungskriterium. Und dann... Ähm. Sollte es ja auch... Ähm. Dings hier. Ähm. Hier, hier. Wie heißt es? Mensch. Originalität besitzen. Und das besitzt es halt auch nicht wirklich. Weil es halt wie jedes... Sechsbeliebige Anime-Bild aussieht. Mehr oder weniger. Und... Ja. Dann sollten sie halt das Design an sich bewerten. Und... Dadurch entstanden dann halt hier solche Bewertungen wie 5, 7, 4. Die relativ hoch sind. Wo dann über... Das die... Also das Design an sich gut bewertet wurde. Aber... Im Großen und Ganzen halt durch die 1, 2 und... Dann hinten die 1. Das war es dann. Egal. Mimi Pixelwald hat gewonnen. Ähm. Wir können uns das Ganze vielleicht nochmal angucken. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Irgendwo auf dem Desktop bestimmt. Ähm. Ja. Hinter dem Taschenrechner. Nein. Nicht. Ähm. Hinter dem. Da. Ah. Dann ging Logos. Da haben wir sie doch. So. Und... Gewonnen hat... Ähm. Mimi Dongang. Falsch. So. Jetzt ist es richtig. Da könnt ihr euch nochmal in den Kommentaren darüber austoben, welches wir verwenden. Das mit dem Schlagschatten. Das war eigentlich sehr beliebt. Ihr könnt natürlich auch Änderungen vorschlagen. Oder das ohne Schlagschatten. Aber ich denke, das mit dem Schlagschatten war eigentlich das beliebteste. Ich würde mir nochmal die PSD-Datei von Mimi schicken lassen. Und dann würde ich vielleicht nochmal den Schlagschatten etwas überarbeiten. Der gefällt mir nicht ganz so. Aber ich glaube, euch hat das Bild mit dem Schlagschatten am besten gefallen. Ich kann das nochmal hier nebeneinander legen. So. Auf jeden Fall sind das die Gewinner-Bilders. Der Pixelwald. Finde ich sehr schön. Gefällt mir. Danke für dieses wunderschöne Bild. Und auch an alle anderen... Ja, drückt einfach mal kurz Pause. Überlegt kurz. Und dann geht es weiter mit meinem Video. Überlegt kurz, welches euch besser gefällt. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch Änderungsvorschläge bringen. Egal. Wir machen jetzt weiter. Und... Kommen weiter im Text. Ja, auch an alle anderen Logos hier von Johnny Board. Das Herz-Logo finde ich sehr schön. Vor allem das Re-Design hat mich wirklich überzeugt. Das gefällt mir wirklich. Das Original-Design fand ich jetzt nicht so schön. Aber das Re-Design fand ich dann sehr, sehr, sehr gut. Schade, dass du das nicht direkt am Anfang schon eingereicht hattest. Aber... Ich finde es wirklich sehr gut hier. Natürlich, es gibt einen kleinen Grafik-Bug hier. Und auch hier, das Herz, das wirkt nicht ganz sauber ausgeschnitten, finde ich. Irgendwie ist da eine helle Linie außen. Finde ich ein bisschen komisch aus. Sieht man aber nur oben bei der Schrift. Egal. Ja, und die Schriftrolle fand ich jetzt ein bisschen zu grob gepixelt. Aber ansonsten finde ich es sehr, sehr schön. Und ich hätte es dir definitiv gegönnt. Auf jeden Fall. So, Pegismo. Ja, das wäre auch sehr cool gewesen. Ich finde alle Ideen sehr cool. Pegismus-Idee. Aber da hätte man definitiv nochmal drüber Photoshoppen müssen. Weil es halt starke Artefakte hat. Das Bild. Weil es halt von meinem Kanal gescreenshotted wurde. Oder vielleicht sogar aus dem Video gescreenshotted. Und das ist halt ein Problem. Es hat halt nicht wirklich die Qualität, die es damals hatte. Und ich müsste es so oder so nochmal komplett neu photoshoppen. Wäre natürlich viel Aufwand für mich. Aber im Großen und Ganzen sieht es eigentlich wirklich ganz cool aus. Und ich habe mir auch in den Bewertungen nochmal durchgelesen, dass einigen auch halt dieser Kontrast gefällt. Zwischen den Farben, der Farbkontrast. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe. Aber damals hat mir das gefallen. Ich habe es ja damals selbst gemalt. Beziehungsweise die etwas schönere Version und nicht diese verpixelte Version gemalt. Aber egal. So. Don Gang von Typewolf war auch cool. Relativ zeitlich ausgeschieden in der ersten Runde ja schon. Schade drum. Aber es ist sehr schön mit dem Mond und alles. Hat mir sehr gefallen. Danke Typewolf für deinen Entwurf. Hat leider nicht wirklich jemand anderem gefallen. Aber mir hat es gefallen. Schade drum. Egal. Mir hat es wirklich gefallen. Mir haben gefallen eigentlich alle irgendwo. Ähm. Ja. Dann haben wir... Ja genau. Bei Mimi noch das zweite. Das ist das hier. Das fand ich eigentlich auch sehr cool. Zwar sehr minimalistisch irgendwo. Und interessanterweise auch mit Pegistmo zusammen die Strohhut Idee. Finde ich sehr geil. Gefällt mir. Ähm. Unabhängig voneinander haben sie beide eins mit Strohhut gemacht. Und das finde ich halt auch sehr cool irgendwo. Da sieht man, dass mittlerweile auch der Strohhut irgendwie Teil von mir geworden ist. Aber das ändert sich ja demnächst. Gut. Dann Evermore. Das war auch sehr cool. Das Extraordinary Logo. Wo halt nur wirklich die Schrift und der Rahmen ein bisschen zu dunkel sind von der Umrandung her. Aber ansonsten fand ich das wirklich sehr cool. Und ist definitiv eins der Besten gewesen. Meiner Meinung nach. Sehr, sehr schön. Hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Und ähm. Danke Evermore. Es ist wirklich toll. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Gegen Mimis Pixelwald. Da ist kein Kraut gewachsen. Das ist halt einfach so. So. Und dann dein Briefmarken Logo. Hatten wir noch. Das muss ich ehrlich sagen hat mir nicht so sehr gefallen. Also vor allem nicht das zweite. Ähm. Das erste. Fand ich ist okay. Aber es hat mir auch nicht wirklich so gefallen. Ähm. Also ich hätte es okay gefunden. Aber es. Gegen die Konkurrenz kam es halt einfach nicht an. Da muss man ehrlich sein. Und Calastelios Bilder. Auch sehr, sehr, sehr schön. Also da muss ich wirklich sagen. Wirklich sehr, sehr schön. Gut umgesetzt fand ich persönlich das Thema. Und auch mit den Scanlines. Sehr schön. Ich finde persönlich. Ähm. Das haben auch einige in den Bewertungen geschrieben. Dass die Handhaltung etwas unnatürlich wirkt. Also vor allem beim Controller. Ähm. Da wäre es vielleicht besser gewesen. Wenn der Controller andersrum wäre. Finde ich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber so wirkt das ein bisschen komisch. Irgendwie. Irgendwie wirkt es falsch. Aber das Logo an sich. Wenn man drauf guckt. Sehr schön. Also man guckt direkt drauf. Und eigentlich vom Prinzip her wird man direkt auf die Schrift erst mal geleitet. So hatte ich zumindest das Gefühl. Und ähm. Und dann guckt man erst außen rum. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Und sehr schön an sich. Und hat mir sehr gefallen. Und auch das andere Logo. Mit den Inputgeräten. Hat mich sehr überzeugt gehabt. Und mir sehr gefallen. Denn das muss ich ehrlich sagen. Da war ich sehr geflasht. Als ich das gesehen habe. Und ich dachte am Anfang wirklich der Gewinner steht fest. Aber es kam noch Mimi mit ihrem Pixelwald. Aber so im Großen und Ganzen hättest du gewonnen Kalastelio. Du bist halt wieder Zweiter geworden. Das gibt es einfach nicht. Du hast irgendwie das Talent bei mir immer Zweiter zu werden. Bei jedem Event. Ich weiß nicht woran es liegt. Kalastelio. Es tut mir sehr leid. 35 gegen 41. Aber es ist egal. Ähm. Gut. Dann kann ich nochmal abschließend sagen. Welches mir am besten gefallen hat. Mir persönlich. Hat am besten gefallen tatsächlich das hier. Muss ich ehrlich sagen. Es tut mir leid. Äh Mimi. Aber ähm. Mir hat am besten gefallen das von Kalastelio. Mit den Armen. Dann würde ich sagen. Kommt ein Pixelwald auf Platz 2. Und dann. Kommt tatsächlich Kalastelio nochmal auf Platz 3. Also Kalastelio hat zwei sehr sehr schöne abgeliefert. Und dann wird es bei mir schon schwierig. Ähm. Ich finde eigentlich alle sehr gut. Und ich möchte jetzt auch nicht weiter bewerten. Denke ich mal. Aber die drei fand ich wirklich am besten mit. Also wirklich. Also die fand ich wirklich mit am besten. Und. Aber auch Johnny Bots Herzlogo fand ich sehr sehr schön. Das Profilbild das alte fand ich nicht schlecht. Und auch den Mond fand ich nicht schlecht. Ich fand alles wirklich sehr gut. Außer vielleicht die Briefmarke von Evermore. Die fand ich nicht so pralle. Muss ich ehrlich sagen. Ich fand die. Just okay. Gut. Das war es soweit von mir. Mimi hat gewonnen. Und wir haben unseren Pixelbald. So wie ich es genannt habe. Ähm. Es ist cool. Definitiv. Gefällt mir. Es ist auf jeden Fall interessant gepixelt. Weil die Pixel. Ähm. Nicht ganz gleich groß sind. Das sieht sehr. Ähm. Interessant aus. Auf jeden Fall. Und die sind auch nicht immer viereckig. Und halt auch übereinander lappend. Und alles. Sieht sehr interessant aus. Das Ganze. Vielleicht sieht man das in Kleinen nicht ganz so gut. Aber. In Groß sieht man das. Auf jeden Fall. Dass das so ein eigenwilliger Pixelstil ist. In Kleinen sieht das ein bisschen gleichmäßiger aus. Aber in Groß sieht man doch. Dass das relativ eigenwillig ist. Und sieht wirklich sehr schön aus. Da hat sie sich wirklich Mühe gegeben. Also mir gefällt es wirklich. Ja. Definitiv. Aber wie gesagt. Alle waren sehr schön. Und ich bedanke mich nochmal bei allen. Die mitgemacht haben. Die mit abgestimmt haben. Und. Es tut mir leid. RedColorStelio. Also. Ohne Witz. Wenn es nach mir gegangen wäre. Und. Vom Prinzip hätte ich auch sagen können. Es geht nach mir. Aber nein. Das wollte ich nicht. Wenn es nach mir gegangen wäre. Wärst du Platz 1. Und Mimi Platz 2. Aber so ist es halt so gekommen. Wie es gekommen ist. Und. Ja. Das war es dann von mir. Tschüsseli. Und schreibt in die Kommentare nochmal. Wie gesagt. Ob ihr mit Schlagschatten oder ohne wollt. Und. Dann würde ich sagen. Fangen wir an mit der Don Gang. Jetzt haben wir ein Logo. Und. Dann kann ich mich eigentlich. Ähm. Mit der. Egal. Kann ich eigentlich mit der Arbeit anfangen. Eigentlich wollte ich schon. Tatsächlich. Eigentlich schon angefangen haben. Aber. Wie gesagt. Die Person. Über die ich das erste Don Gang Video machen wollte. Meldet sich bei mir nicht mehr. Also. Ich hatte Schreibkontakt. Und. Naja. Jetzt nicht mehr. Und. Naja. Da muss ich dann halt. Wirklich eine Alternative. Wählen. Ich habe jetzt noch bis zum Schluss gewartet. Aber. Wer sich nicht meldet. Hat halt Pech. So ist das halt im Leben. Kann man nichts machen. War nicht meine Entscheidung. Entschuldigung. Ähm. Und. Das war es soweit von mir. Tschüsseli.